. 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 So kann ich gehofft. Ich habe mich noch. Mein Wels, mein Fisch, ich hatte zum Putzen. Wir gehen aber nicht durch, oder? Joe, Joe, wir kommen. Ich habe schon zwei. Sehr schön. Zwei große, relativ große. Das ist nicht das, was wir wollen. Fertig. So. 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 Golden eye, golden shoes, das ist golden, das ist ja. Golden eye, golden shoes, das ist ja. Golden eye, golden shoes, das ist ja. Golden eye, golden shoes. Golden eye, golden shoes, das ist ja. Die sind doch schon in der Zeit. Die sind immer noch in der Zeit. Die sind immer noch in der Zeit. jerk, das ist ja. Wir gehen aber nicht durch, oder? Joe, Joe! Hallo. Ich habe ihn. Es ist ein Stockdunkel. Es ist ein Fisch. Ein Hecht. Ich habe noch nie so etwas komisches erlebt. Ich habe noch nie so. Monday morning. Lillaya dan naktate. Aktate. Aktate. Lillaya dan naktate. Anastaya day. Tschüss. Hi. Hallo. Ich habe Angst da drinnen waren. Aber das geht nicht los. Das ist gut. Es ist Hölle. Es ist so kalt gewesen und jetzt ist Himmel geworden. Paradies. Sonne und Wetter ist gut. Ich habe gefroren. Ich habe mich. Es ist so kalt gewesen. Es ist so kalt gewesen. Ich habe mich noch gar nicht überrascht. Ich habe mich noch mal sein. Tschüss. Mein großer Gehecht. Die Leia-Dana-Graday. Tschüss. Tschüss. Mein Leberhorn. Lila-Vegetal-Aktadei. Aktadei. Aktadei. Lila-Vegetal-Aktadei. Anashtaya-Dey. Tschüss. Unterwegs nach oben. Es ist schon weit. Lauf. Guten Morgen. Darf ich mir vorstellen? Das ist mein Huhn. Ich habe etwa sechs Hühner. Und die ist jetzt am Bein. Es ist irgendwie gelärmt. Jetzt pflege ich sie immer ein bisschen. Ein- und austragen. Und am Morgen kriegt sie immer Würmer. Sieben Stück oder so. Und zuerst Wasser. Wenn ich sie hinlegen. Und sie einfach. Ich kann sie nur ein bisschen nach vorne krabben. Und dann kann sie nur ein bisschen nach vorne krabben. Und dann kann sie nur ein bisschen nach vorne krabben. Komm, boi. Komm, boi. Komm, boi. Komm, boi. Komm, boi. So, jetzt gibt's Würmer. Komm, warte. Wuuu. 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 Das ist so wie ein Koken. Und ich hab so einen super Tisch dazu. Damit man das gut tragen kann. Wuuu. Wuuu. Hi, jetzt ist... Jetzt muss man schauen, was die da sind. Freitag Abend, morgen gehe ich fischen. Bin schon. Hier kommt dann da meine Schildkröte. Hunde wechseln gab es dann. Jetzt fahre ich Busse. Wem kann seglen für utan Wind? Wem kann roh utan Noros? Busse an der Stelle. Bus und Zug. Tschüss. Hi, Strip Parade. Ich gehe jetzt ins Strip Parade und das Wetter ist schön. Ich freue mich. Jetzt gehe ich zum ersten Mal auf eine spezielle Party. Ich komme doch nicht rein unter diese Kleider. Ich bin gespannt. Ich gehe noch kurz zu gucken. Jetzt bin ich heute spannender. Nein, nein, ich bin einfach gespannt. Vielleicht wenn es lustig ist, dann gehe ich dann alles mal weg. Vielleicht mit der Freundin oder der Kollege. Nein, gib ihm den Beissen, weisst du? Jetzt haben wir wieder einen. Ja, jetzt haben wir einen großen. Jetzt sind keine Soffe großen. Jetzt sind die Heizungen von Regnskogen. Wie heißt es jetzt? Bitte. Bitte. Hey, die ist richtig haarig. Das heißt, was ist die hier? Ich bin unwillig wotern. Wotern. Töne in der Nacht. Die ganze Nacht ist so laut. Tschüss. Die ganze Nacht ist so laut. Die ganze Nacht ist so laut. Hier ist die Frau von Eckrad und Frau von Gluckhausen. Frau von Gluckhausen. Frau von Gluckhausen. Frau von Gluckhausen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020